Die Moskitos fliegen eh immer nur im Kreis, da brauchen wir auch keine Angst, aber bitte. Alter was war das denn? Ja genau, irgendwo steht da... Ey und weißt du was mich abgeschossen hat? Ja rat mal. Ein Heckenschütze. Geil ne? Ist das geil oder ist das geil? Ich hab keine Ahnung. Ich hab einen Heckenschütze. Ich hab noch nie mehr getötet. Alles Heckenschütze. Ich glaub wir verlieren die Nordverstärkerstation. Wir drücken wieder beide gegen uns jetzt. Ich glaub wir sind die Bergschütze. Ich glaub wir sind die Bergschütze. Ich glaub wir sind die Bergschütze. Ich glaube wir sind die Bergschütze. Ich glaube wir sind die Bergschütze. Du hast ja den Buggy in die Hände gesetzt, hier eine. Puh, die ganze Zeit durch ein Bäschen. Wir filtrieren uns hier schon wieder. Wie sollen wir hier so ein Moskito langfliegen hier? Wo sind sie denn immer? Wo seid ihr? Wir haben hier einen Mech, wir haben hier einen Mech im Biolabor. Ah, hier kann ich auch mal reparieren. Na toll. Ich glaub die Moskitos, die trauen sich nur raus, wenn sie 10 Flieger da sind oder so. Hast du gesehen? Vorne flogen ja ganz viele da lang, die alle irgendwie nicht getroffen haben oder so. Ja, die haben da nicht so mitschießen. Aber wird das auch mal repariert hier. Was ist denn das? Wie nimmt man denn so einen Punkt wieder ein, sag mal? Was ist denn das? Was? Wie fliegt der denn denn in die Gegend? LoL, die haben A eingenommen. Was ist denn das? Was ist denn das? Jetzt erklären wir mal die ganze Spiele, Alter. LoL, genau, Alter. Ey, das muss doch ein Cheater gewesen sein oder was? Was ist denn das, der Junge? Boil. Die knallen sich ja alle gegenseitig. Ich hab's und die dumm. Die geben sich ja alle gegenseitig Headshots. Das hab ich nicht. Welche Lappen, Mann. Boil, hier fliegt immer einer durch die Gegend. Also, so ein Mech einheit fliegt immer die ganze Zeit durch die Gegend. Schieß sie mal von oben, aus der Luft. Wie, wie kann man, wie kriegt die, hier sind diese Räume mit denen, mit diesen. Ah, ah, ah. Wie heißt denn? Mit, wenn die Kraft herrennen. Ja, wenn man, ey, ich sag doch, die cheaten hier alle, Mann, in dem Chess-Game, Alter. Ey, hier rennt, fliegt ein Cheater die ganze Zeit durch die Gegend. Naja, wir haben hier einen Raum, die fliegt der Leute wieder dem Gegner, ne? So wie am Anfang. Alter, guck dir mal die Leute an. Wie kriegt man den weg, weiß ich nicht, was muss ich denn das sagen? Keine Ahnung, da ist ein Cheater rum. Hier fliegt ein Cheater die ganze Zeit. Was soll das überhaupt sein? Fliegt noch einer, ne? Ne, der ist es, der fliegt nochmal, aber der Cheater, der fliegt die ganze Zeit. Ey, ich bin nicht klar. Alter, pack mich um, ne? So, die Summe, den sind höchst. Speedhacken, oder? So, ich hab ihn einmal getroffen. Ey, ey. Das ist hier total gejuckt. Und jetzt ist er wieder dahinten irgendwo. Ach so, was bescheuertes. Was ist denn das, ey? Scheiter, kein Minolai, ey. Ah, freitliche Max-Einheit, die fliegt die ganze Zeit durch die Gegend. Hier schreibt doch schon einer im Chat hier, schrei. I saw a flying Max, weiss. Und der andere AXC, weiss. Cannot image it, it would be fun to play against you, weiss. Wo denn? Ja, klar, du Mann, der fliegt hier mal, weil... Kommt dann immer mal einer langgeschlagen die ganze Zeit, ne Max-Einheit, die von oben irgendwo im Himmel da steht und runterschießt. Da kommt er doch schon wieder. Weimann, ne? Ne, das ist normal, ne, wir fliegen ganz normal. Hier, da steht er doch über mir und schießt auf meinen... Jetzt steht er schon wieder über mir und fliegt und schießt hier. Alter... Was, ich weiß gar nicht, wo du bist, was du hast. Draußen hier, Alter. Luftabwehrgeschützten. Aber der schießt halt immer zu ihm, Alter. Keine Ahnung. Ich kann den nicht töten, Alter. Ja, guck. Genau, er hat mich getötet, Alter. Rang 18, äh, Rang 15, ey. Steht da oben. Hab dir geholfen. Was, was? Ne, ist doch trotzdem immer noch im Leben. Wir sollen den töten, bitte. Der ruckelt die ganze Zeit von links nach rechts in der Luft da oben irgendwo. Ach so, du... Ne, ich dachte, du meinst den Flieger da... Was? Nein, man, das ist kein Flieger. Das war ein Flieger, den hab ich weggebrochen. Nein, ach, das ist kein Flieger. Da hast du mit ne Max-Einheit, die durch die Gegend fliegt da oben. Okay. Ah! Du hast ihn auch gesehen, ja? Ich seh ihn. Ja, klar. Ja, super. Hacker. Fuck why. Ja, absolut. Ja, das ist zwar... Ja, das ist zwar... Was hier meint einer das erste Schieger... Ich kann ja auch genau sagen, wir schieten garantiert noch viel mehr. Das ist nur einer der das übelst offensichtlicher. Wie schreibt einer der IC First Time Schieger 2 oder sowas? Ja. Ja, jetzt hat er mich wieder abgeballert oder was? Ja. Hat mich wieder abgeballert. Danke auch. Du hässliche Missgeburt, alter. Alter. Das ist doch idiotisch, man. Was sind denn diese Fotzenkacke? Ja, jetzt weißt du wie die Terraner gewinnen, ne? Mhm. Ich hab mich schon gewundert, ja. Mit Hilfe eines wegen den Mechs. Ja. Mechs, der in der Luft die ganze Zeit die Leute abschießt, auch so. Ja. Fuck, da oben bist du. Ja, ich versuchte ihn jetzt zu rappen, mir. Naul. Ja, ich versuchte ihn. Das wäre eigentlich ein Mechsleinheit hier. Ich versuchte ihn. Da fliegt die Mechsleinheit wieder durch die Gegend. Voll alterlich. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Gegner ja... bloß das lila am Boden wird, das war massiv. Jetzt hat der mich schon zum dritten Mal gekillt, ey. Wiese Hurensohn. Du hast doch gar keine Chance, du hast doch gar keine Chance. Der fliegt einfach durch die Gegend, alter. Da ist der Aimboot und babam tot, babam tot. Ja. Wenn du draußen bist, das ist einfach nur asozial, man. Mechs, ein Cheater. Jetzt ist doch wirklich lächerlich, man. Was soll denn so? Ich hab dich, halt. Dann hab ich nicht nach. Ich hab dich, halt. Ich hab dich, halt. Das war's für heute. Ja, da ist doch schon wieder so einer hier. NS15M2. Alle Fraktionen können NS-Waffen benutzen. Ich hab mich jetzt mit einer NS-Waffe direkt einfach instamped gefickt. Mal gucken, was das für eine Waffe ist. NS. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wie viel kostet die denn wohl? Was hab ich gesagt? NS15M2. Naja... Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die NS-Waffen... kosten alle um die... 10 bis 20 Euro. Oh, ja, also... Ahem, also... Ahem, also, by the way. Ich bin richtig schädig. Ja, das war der Satz. Ich bin richtig schädig. Also, die sind richtig schädig. Verlass diesen Abschnitt. Ja, aber ich habe meinen Terraner. Äh. Voll Glückwunsch. Ja, die anderen schweben ja alle durch die Luft. Sollen wir den dann unteren. Mein Gott, ey. Wo kommt denn der Affenhurensohn? Und da ist wieder dieser NS15M2 heißt das. Sorry. 15M2. Kleine Missgestalt, ne. Bam bam bam, macht er einfach. Bam bam bam. Bam bam bam. Ich weiß gar nicht wie viel Waffe das sein soll. Ah hier, hier gibt es die. Ach da. Hab sie gefunden. Aber die können man sogar für Zehrpunkte bei schwere Angriffseinheiten kaufen. Wunderbar. Oder für knapp 10 Euro natürlich. Also wertvoll ist sie nicht. Gibt es. Welche? Die NS15M2 ist aber nur für schwere Angriffseinheiten mehr oder weniger. Also. Kannst du nur den eigenen Charakter benutzen. Ach so, schwere. Ja. Wo hängst du ab? Ich seh dich nicht. Ich hab falsch geguckt. Du bist doch gar nicht bei mir. Oder was? Du spürst gar nicht mehr oder was? Oder wo bist du? Hä? Wieso seh ich dich nicht? Du bist ja ganz tot denn. Ich bin am Essen. Ja. Und ja, ich bin die ganze Zeit tot. Aber mir ist das mit dem Biolabor grad ein bisschen zu blöder. Warum? Was ist daran so schlimm? Also wenn ich mich aufregen würde, weil er die Leute die ganze Zeit... Weil er immer so'n Bastard cheatet. Ja. Genau deswegen. Lila gewinnt immer mehr Boden, ey. Ich komm nach außen mit meinem Lightning. Direkt erstmal durch. Ich hab auf jeden Fall alles gegeben. Wohan seh ich denn da? Wo ich ein Panzer holen kann? Hm? Ich sag, das war ja dumm von ihm. Meine Güte. Und da kommt der nächste... Alter, wo kommen denn die ganzen Buggies her, man? An jeder Ecke steht hier ein Buggy, oder was? Schieß ich auf seine Buggy, kommt das nächste Buggy, oder was? Wenn das so weitergeht, können wir bald keine Kampfpanzer mehr holen. Wieso? Wenn wir Eiser Technik-Anlage verlieren, können wir keine mehr holen. Ich bin hier auch die ganze Zeit mit Lightning rausgeflogen. Aber jetzt habe ich hier keine Endpoints mehr. Weil Lila ist uns gerade richtig im Rushen. Ja, das ist mir egal, was sie machen. Ein paar Terraner töten. Super. Lila drückt im Moment auf drei Punkte. Sonnithäfer hier, ich blick nicht zusammen! Feuerschutz, ich lade ihn aus! Heiß der Maschine! Oh nein! Oh nein! Ich hab' mir hier gefunden, wenn man gleich ein fliegendes Buggy hier vorbeikommt hat. Mein Gott, was ist denn das für ein idiotischer Sperrbereich, ey? Wofür lässt du umgehen, die Sperrbereich war noch nicht mal dran, ey. Was Beklopptes, ey. Ich find' krass, dass es immer so ne Cheater gibt, ne? In jedem Spiel gibt's irgendwelche Bobs, die da die ganze Zeit rumcheaten, Alter. Diese kleinen Misthuren, weißt du? Jedes Mal. Halt immer Leute, die nix drauf haben. Ja toll. Die Begründung ist auch irgendwie doof. Die müssen dann zu so ner... ...sorchen Mitteln greifen, weil sie sonst kein Land sehen. Das sind einfach Leute, die... Keine Ahnung. Die müssen durchdrehen... Oder sie müssen einfach nur behindert im Kopf, das kann natürlich auch sein. Das... Das... Das trifft wohl herzunehmen. Was sind dann so typische... ...typische Andy-Typen. Hey, tx! Ahehe, es ist lustig... hxht, guck mal! So, oh... Ich hab dich jetzt hört kannt, hey, tx, tx. Haha. Ja... iiahhaa. oder das sind so ne leute die sagen hey guck mal wie scheiße du bist hey guck mal ich bin viel besser als du bist wir haben kaum noch leute im biolabor wir haben kaum noch leute im biolabor wenn wir wohl bald verlieren tja weil du bist ja nicht da deswegen bin ich jetzt auch weg ich kann bock haben ich überlasse hier irgendwas ich weiß ja ein spion hier mit einem buggy kurz irgendwas überlasten die quest sagt ich soll den schildgenerator überlasten hätte ich mal machen sollen vielleicht gibt es dann weiter die quest ja fliegt er immer noch da rum ist er immer noch mit cheaten oder was mit den augen hab ich ihn nicht mehr gesehen kann sein dass kann ja auch sein dass die leute ihn bannen können oder so die eigene in der regel geht sowas geht sowas solche lappen ey solche lappen kann man sich überlasten ich hätte irgendwie bock irgendwas zu infiltrieren ich bin gerade dabei eigentlich vielleicht die die das die 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 das 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 Kann ich nix machen hier oder was ist das hier? Muss ich engineer sein. Was ist das hier? Was ist das hier? Weil Buggy ist doch kein Panzer machen ey, das ist ja nicht groß, oder? Warum holt er das große Geschütz raus? Oh, die kommen nicht da rein. Die kommen mit dem Buggy nicht durch so ein Teil fliegen, fahren. So, hier stehen ein Sunrider. Feindländer. Und ich hab nix um ihn zu zerstören eigentlich. Hier stehen noch ein Sunrider. So, hier stehen nur zwei Sunrider. Höfe. Ach doch, ich hab meinen Buggy. Damit kann ich das zerstören. Mal gucken. Und jetzt weiß ich auch warum ich in einem Tag habe. Weil ich hab noch einen Turbo aus der Öste. Kann man die Kamera eigentlich nur auf zwei Positionen einstellen? Ich glaub das ist nämlich ein bisschen. Ich hab die Kamera in den Ringel eingekommen. Mein Gott ey. Hab ich dich gestört? Ja. Entschuldigung. Willst du bei mir spawnen? Ich wollte gerade zur Traverse. Willst du jetzt mein Buggy auch tot? Kaputt, ne? Ja. Ja, nein, vielleicht. Weil das muss ich... Ach, das geht. Ich hab dir überhaupt nicht zugehört. Ob du bei mir spawnen willst, weil ich will zur Traverse. Müsst' ich aufpocken. Keine Ahnung. Ich spawne jetzt hier. Ich spawnte mich. Warte mal. Oh, die schießt ja irgendwie. Die schießt ja immer irgendwie. Die schießt ja irgendwie. Scheiß auf die... ich will jetzt den anderen Zandra noch mehr kaufen. Ich kann mich nach oben. So. So. Natürlich. Natürlich. Ihr Pferd... Läuft irgendwo so'n... So'n... So'n Typ, der mir zwei Schuss gibt, Alter. Ach, das ist schon wieder der Cheater, Alter. Ist das lächerlich, Mann, Alter. Was soll denn sowas sein? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier aufgebockt. Zerstört ein Sunray. Ich bin jetzt hier aufgebockt. Oh, das ist verdammt. Da ist ja noch ein Sunray hier irgendwie. Oh... So. Tsss. 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 Eigentlich müsste ich mich noch mal töten, ja ne? Hier kannst du ja bei mir auch spawnen, da hinten ist noch irgendwo eine, eine Sundra. Verlegen drücken hier. Ich hab hier so ein Ding gespawren lassen. Ich komm gar nicht, ich muss den dritten Sundra noch töten. Ich hab keine Minen. Was, was, 44, 43 bei Spawnleuchte? Oh man, naja, warten wir die. Meine schöne Spawnleuchte dahin geknallt, weißt du? Hm? Ich hab da meine Spawnleuchte hingeknallt. Das Spawnbeacon, okay. Und da hab ich... Deswegen, Alter, der scheiß auf den Cheater, Alter. Der Bastard, Mann. Hab trotzdem Minen mit meinem Ingenieur. Dann krieg ich die ganze Sundra hoch hier an, Alter. Dassel, was ihr dasselst? Warum hast du denn? Ich hab da meine Spawnleuchte. Ich hab da, meine Spawnleuchte geholt, um es zu sein. Oder wurde er mit seinem Sander runtergefahren und das wurde er den nicht weggehauen. Oh Mann, jetzt... Ey, es ist doch lächerlich, Mann. Was soll denn das? Ey, hat mich der Cheater schon wieder getötet, ey. Guck mal, wo ich bin, ey. Kann man nicht. Hä? Eigentlich kann ich gerade nicht. Ja, ich bin hier irgendwo in der Wallachai, Alter. Aber ich glaube es dir. Das ist doch was Bescheuertes, Alter. Was ist das soll, ey? Was sind das denn für Leute, Mann? Der hat ja nichts Abesseres zu tun, ey. Ey, so ne Hurensohn, Alter. Echt Ohrgang. Witz, ey. Falsche Klasse. Was ist denn das für ein Mist? So, hier, da. Ich bin hier an dem einen Punkt, falls du Bock hast. Kann er aber nicht ins Punkt, oder? Äh, meister, sonst. Du hast doch gar keinen Sunrader, oder? Was? Doch, klar. Bist du aufgebockt. Echt? Hm? Zeigt er mir aber nicht an. Weil C? Ja, zeigt er mir nicht an. Kann er dir nicht an? Bist du zu weit weg? Nö. Kann gar nicht. Bin ich weit weg. Ich kann sogar noch weit nach rechts. Du hast hier nicht mal aufgebockt wahrscheinlich. Doch, klar hab ich den aufgebockt. Ja, ich kann aber nicht porten. Ich kann zu meiner Spawnleuchte und ganz weit rechts porten. Ich kann überall jetzt kann ich hier porten. So. Ich bin wieder aufgebockt, eingefahren, wieder ausgepackt. Tja, jetzt kann ich nicht mehr porten. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder weg vom Bildschirm. Ja, jetzt ist er wieder da. Hä? Achso, weil du eingestiegen bist, aber als Spawner ist er nicht da, als auf der Karte zu sehen. Der ist nicht ausgepackt oder so. Doch, ist er. Ja. Ich kann ja mal nach da verlegen. Jetzt bewegst du den Ding da so. Hm? Jetzt fährst du gerade mit dem Ding verkartet. Ja, ja. Ich fahrs jetzt gerade. Ist ja überhaupt irgendwer mal gespawnt. Ja nicht, ne. Ja, jetzt mach ich mal. Jetzt kommt's doch theoretisch, wenn ich jetzt auf boxe. Also hier steht doch mehr als... mehr als versteckt. Sicher. Machen. In porten kann ich trotzdem von da aus nicht. Mal gucken, ob ich verlege von da woanders. Ja, euch geht's einfach nicht irgendwie gerade. Vielleicht bist du zu weit weg, kann ich sagen. Jetzt kann sein, dass es jetzt geht. Da ist sogar noch ein Thunder daneben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Der ist vorhin bei mir gespawnt, wo ich an einem anderen Punkt war. Hat sich ein Thunder geholt und dann sind wir zu zweit hier hingefahren. Jeder hat seinen aufgebockt. Hehehe. Auf jeden Fall hat so ein Moskito... ...ist hier rübergefahren. Wir sehen, ob der Moskito wieder zurückkommt. Ich hab auf jeden Fall nicht geschossen aus dem Moskito, aber ich glaub der war dort gar nicht gerafft. Die Moskitos fliegen sowieso nur hier... ...like a holiday oder sowas.